Hast du das Copy-Design jetzt eigentlich schon stimmig auf der Seite integriert? Haben wir alles schon mit dem Kunden abgeklärt. Die Inhalte von den Sektions sind schon integriert und auch die Container schon. Okay, sehr gut. Dann brauchen wir eigentlich nicht nur das mit den Hex-Codes und dann würde ich sagen, steht das ganze Design. Jetzt sind wir da sauber. Exakt. Okay. Hey, hallo, grüß euch. War das jetzt verständlich? Okay, dann versuche ich das Ganze noch ein bisschen einfacher zu erklären. Eine Website sollte zum Unternehmen passen, zur Firmenphilosophie. Farben, Schriften, Texte. Diesmal soll sich harmonisch sein und sollte die Seiten zeitgemäß ins 21. Jahrhundert bringen. Sichert euch jetzt am besten gleich eine Website, die modern ist, ins Jahr 2023 passt und mit der Digital Starter-Förderung können sich jetzt nur gleich 40% Förderung sichern.